Herr Minister Sturm, Sie haben gerade einen Scheck überreicht. Was ist sozusagen die Grundlage oder die Ursache für diese Scheckübergabe? Unsere Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützt den ADAC in seinen vielfältigen Aktivitäten. Wir haben ja heute den Auftakt der Rallye-Saison mit der Pfalz-Westrich-Rallye hier in St. Wendel. Der ADAC hat aber zahlreich weitere Aktivitäten und die möchten wir unterstützen. Das ist ein kleines Dankeschön und es wird in diesem Jahr noch zahlreich weitere Events geben, bei denen die Ministerpräsidentin und Vertreter der Landesregierung selbstverständlich gerne mit dabei sein werden. Okay, vielen Dank, Herr Minister Sturm. Karl-Heinz Finkler, Sportleiter des ADAC Saarlands, Scheck für die Nachwuchsförderung des ADAC Saarland. Was genau werdet ihr mit diesem Geld denn unterstützen? Also dieser Scheck ist nicht nur für die Nachwuchsförderung, sondern für die allgemeine Arbeit, die wir im Rahmen dieses Sportes leisten. Und wir können uns nur bedanken dafür. Wir werden es natürlich sinnvoll in unsere Jugendprojekte integrieren. Und ich glaube, das Geld ist gut angelegt. Und wenn man noch mehr Geld hat, legen wir es noch besser ein. Okay, vielen Dank.